Hier Alperi, was ist das? Soll ich das jetzt austeilen oder wie? Nein, das ist alles, was du gestern verpasst hast. Oh, was? Oha, da fehle ich einmal in meinem Leben einen einzigen Tag und da verpasse ich direkt Schulstoff von einem ganzen Jahr? Wenn du wüsstest, was du noch verpasst hast, gestern gab es einfach drei Schlägereien. Niemals. Doch, eine wurde sogar davon auf Eurosport ausgestrahlt, hast du nicht gesehen? Was laberst du? Und dann sind unsere Streitschlichter erfolgreich eingeschritten und wurden deshalb befördert zu den Schulermittlern auf RTL. Labert doch keine Scheiße, Mann. Ich schwöre, und das alles vor Augen von Cristiano Ronaldo. Ronaldo war hier? Ja, da war gestern unsere Sportvertretung. Weyow, weyow. Und was machen die heute? Also zuerst schreiben wir einen Überraschungstest, danach schauen wir einen Film, bei der ihr euch Notizen machen müsst, weil ich euch danach abfragen werde und dann haben wir anschließend vier Stunden Mathe.